Im Profifußball ist körperliche wie geistige Fitness entscheidend, doch nicht jeder Spieler hat von Natur aus den perfekten Körper und einen klaren Kopf. Viele werden bereits in der Jugend aussortiert oder stoßen im Laufe ihrer Karriere auf zahlreiche Hindernisse. Trotzdem haben es einige Fußballspieler, die man eigentlich schon längst aufgegeben hätte, geschafft die Hürden zu überwinden. Fußballspieler, die trotz ihrer körperlichen und geistigen Beeinträchtigung den Weg in den Profifußball geschafft haben. Manche von ihnen gehören sogar zu den Besten der Welt und haben sich einen festen Platz in den Geschichtsbüchern des Sportes gesichert. Diese folgenden 10 Beispiele verdeutlichen eindrucksvoll, dass nichts unmöglich ist, solange man an seine Träume glaubt und daran festhält. Im heutigen Video geht es um 10 Fußballspieler, die trotz einer Behinderung oder Krankheit ins Profigeschäft geschafft haben. Vor dem Start des Videos möchte ich aber kurz einen wichtigen Disclaimer abgeben. Das heutige Video behandelt Menschen mit Behinderungen und leider gibt es da draußen viele, die nach dem Lesen des Videotitels meinen, sie dürften krampfhaft jetzt einen lustigen Kommentar schreiben. Wir bitten darum, respektvoll zu bleiben und Achtung vor den Menschen zu haben, die trotz einer Behinderung mehr erreicht haben als du. Jegliche Form von Apliismus wird nicht toleriert. Auch wollen wir keine Spekulation hören über angebliche Behinderungen oder Krankheiten von Fußballspielern. Ich will nicht hören, Messi hat angeblich Autismus oder Ochoa hat sechs Finger in einer Hand, nur weil ihr es irgendwo mal im Internet aufgegriffen habt. Nummer 10 Leon Leck Leon Clinton Elliot Leck ist ein ehemaliger englischer Fußballspieler, der im Alter von 16 Jahren mit Epilepsie diagnostiziert wurde. Seinen ersten Anfall hatte der Verteidiger während eines Trainings bei seinem Jugendclub den Little Common FC und wurde anschließend mit dieser Krankheit diagnostiziert. Trotz dessen hat er nicht zugelassen, dass seine Krankheit seine Träume im Wege stehen und hat es trotz dessen in den Profifußball geschafft. Unter anderem spielte er über 100 Pflichtspiele für Vereine wie Port Valley FC, Cambridge United, wurde 2010 zum Brentford-Spieler des Jahres gewählt. Nummer 9 Carlos José Castillo Castillo war ein brasilianischer Fußballtorwart, der von 1945 bis 1965 als Spieler aktiv war. Insgesamt fast 700 Pflichtspiele absolvierte Castillo für seinen Heimatverein Fluminense und gewann 1958 und 1962 mit Brasilien zweimal die Fußball-Weltmeisterschaft. Carlos José Castillo war von Geburt an farbenblind, was ihm in seiner Karriere nicht beeinträchtigte. Nur bei der Verwendung von weißen Bällen, vor allem bei Spielen am Abend, verwirren ihn. Gelbe Bälle bevorzugte er mehr, da er diese rot sehen kann. In seiner Karriere kassierte er in 420 Pflichtspielen 777 Gegentore und blieb 52 mal zu 0. 1965 beendete er seine Karriere bei Paysandu Sportclub und nahm sich im Februar 1987 das Leben. Nummer 8 Wilfried Hannes Wilfried Hannes ist ein in Dürren geborener deutscher Fußballspieler und absolvierte über 250 Pflichtspiele für Borussia Mönchengladbach. Zu seinen größten Erfolgen gehören die deutsche Vizemeisterschaft 1978, die deutsche Meisterschaft 1976 und 1977 sowie der UEFA Pokalsieg 1979. Wilfried Hannes hat es mit sehr viel Einsatz und Kampfgeist bis zum Nationalspieler geschafft und wurde 1982 Vizeweltmeister. Und das mit einem großen Handicap. Mit 8 Jahren musste ihm in der Düsseldorfer Uniklinik ein Auge entfernt werden, in dem ein bösartiger Tumor saß. Mit besonderen Koordinationsübungen mit Tennisbällen sowie sehr viel Ehrgeiz schafft es trotz der Beeinträchtigung zum Profi. Nummer 7 Cliff Baston Clifford Sidney Baston war ein englischer Fußballspieler, der von 1929 bis 1947 als Flügelspieler aktiv war. Seine Prime hatte er in den 1930er Jahren, die jedoch aufgrund des Zweiten Weltkrieges im Alter von 27 Jahren unterbrochen wurde. Im Krieg als Soldat wurde Bastin nicht eingesetzt, da er von Geburt an taub war. Im Jahr 1941 verbreitete dennoch die italienische Propaganda, Bastin sei in der Luft Landesschlacht um Greta gefangen genommen worden. Jedoch wussten sie nicht, dass Bastin unter einer Hörschwäche leidet, weshalb es sich nicht um ihn handeln konnte. Trotz des Handicaps gewann er bei Arsenal fünfmal die englische Meisterschaft und zweimal den englischen Pokal. Nummer 6 Tim Howard Timothy Matthew Howard ist ein ehemaliger US-amerikanischer Torhüter und galt bei Everton als einer der besten Keeper der Premier League. Besonders seine beeindruckenden Reflexe während der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 brachten ihn weltweite Anerkennung ein. Weniger bekannt ist, dass Howard seit seiner Kindheit am Tourette-Syndrom leidet. Die meisten Ticks zeigen sich in plötzlichen Zuckungen des Arms, des Halses und der Augen. Erstaunlicherweise kann er diese Ticks während des Spiels mühelos kontrollieren, die Ärzte selbst nicht vollständig erklären können. Deshalb wird der US-Amerikaner während Trainingseinheiten oft von Forschern beobachtet, die mehr über das Tourette-Syndrom erfahren möchten. Im Gegensatz zu vielem Menschen mit Tourette äußert sich Howard's Tourette nicht in unkontrollierten verbalen Flüchen, sondern in plötzlichen motorischen Ticks. Als Begleiterkrankung leidet er zudem an ADHS und hatte in seiner Kindheit mit Verhalten und Emotionsstörungen zu arbeiten. Nummer 5 Robert Schliens Robert Schliens, geboren am 3. Februar 1924, war ein deutscher Fußballspieler, der von 1945 bis zu seinem Karriereende im Jahr 1960 ausschließlich für den VfB Stuttgart spielte. Beeindruckend ist seine 15-jährige Profilaufbahn, besonders wenn man bedenkt, dass er ursprünglich frühzeitig aufhören wollte. Am 13. August 1948 verstarb Schliens Mutter, was ihn am nächsten Tag daran hinderte, rechtzeitig zum Mannschaftstreffpunkt für ein Pokalspiel gegen VfR Ahlen zu erscheinen. Trotzdem machte er sich allein auf den Weg nach Ahlen, nachdem er sich von einem Freund dessen Opel geliehen hatte. Während der Fahrt in Gedanken verloren, ließ er einen Arm gemütlich aus dem Fenster baumeln, als das Auto in ein Schlagloch fuhr und auf die Pfarrerseite kippte. Schliens linker Unterarm war nicht mehr zu retten und musste anschließend im Krankenhaus amputiert werden. Obwohl er erwog, seine Spielerkarriere zu beenden, ermutigte ihn sein damaliger Trainer Georg Wurzer weiterzumachen. In intensiven Zusatztrainings entwickelten sie neue Techniken und Bewegungsabläufe. Wurzer versetzte den einstigen Mittelstürmer dann auf die Position des Außenverteidigers. Während seiner Zeit beim VfB absolvierte Schliens 391 Pflichtspiele und erzielte 143 Tore. Er gewann zweimal die Deutsche Meisterschaft und zweimal den Pokal. Schliens ist jedoch nicht der einzige Profi mit nur einem Arm. Der ehemalige paraguayische Nationalspieler Julio González verlor ebenfalls seinen linken Arm durch einen Autounfall. Ebenso wurde Carson Pickett, eine US-amerikanische Nationalspielerin, ohne linken Unterarm geboren. Nummer 4. Alex Sanchez Alejandro Alex Sanchez-López ist ein spanischer Profifußballer, der aktuell Stürmer bei Gokulam Kerala in der südkoreanischen Liga spielt. Mit 20 Jahren debütierte der Stürmer für seinen Heimatverein Real Zaragoza und wurde gegen Valencia in der 74. Spielminute eingewechselt. Ein Tor erzielen oder das Spiel gewinnen konnte er an den Tag zwar nicht, dennoch schrieb der junge Sanchez mit seinen Einsatz Fußballgeschichte. Denn Sanchez war der erste Profifußballspieler, der ohne rechte Hand geboren wurde und ein Ligaspiel in Spanien bestritt. Zwei weitere Spiele machte er für Zaragoza, bis er 2011 zu C.D. Teruel wechselte. Nummer 3. Marcin Oleksy Marcin Oleksy ist ein polnischer Fußballspieler, der aktuell Stürmer bei Warta Poznań aktiv ist. Zu Beginn seiner Karriere war er Torwart und spielte bei AK Nowa Sol in der 4. polnischen Liga. Mitte 2010 hing er seine Fußballkarriere an den Nagel, um sich auf seine berufliche Arbeit als Bauarbeiter zu konzentrieren. Am 20. November 2010 wurde er bei der Arbeit auf der Straße von einem Auto angefahren, wodurch er sein linkes Bein verlor. Neun Jahre später begann er seine Karriere als amputierter Fußballspieler und wurde sogar in die amputierte polnische Fußballnationalmannschaft berufen. Bekannt wurde Oleksy durch dieses Tor, was er am 6. November 2022 gegen Stahl Cessnauf erzielte. Später wurde er für dieses Tor als erster Fußballspieler mit einer körperlichen Behinderung für den FIFA Puskas Award nominiert und gewann diesen sogar auch verdient. Nummer 2. Garincha Manuel Francisco dos Santos, auch bekannt als Garincha, war ein brasilianischer Fußballspieler, der von 1953 bis 1972 aktiv gewesen war. Geboren wurde er im Oktober 1933 in Rio de Janeiro und hatte von Geburt an eine deformierte Wirbelsäule und das linke Bein war 6 cm kürzer als das rechte. Damit er überhaupt laufen lernen kann, wurde bei ihm eine Operation durchgeführt. Dadurch konnte zwar Garincha laufen lernen, allerdings blieb das Bein ein O und das rechte ein X-Bein. Dies hinderte jedoch ihn nicht in seiner Karriere. Durch die körperliche Besonderheit entwickelt er seine eigenen Techniken und kam so 1955 in die brasilianische Fußballnationalmannschaft. Bevor wir zu unserer Nummer 1 kommen, gibt es ein paar lobenswerte Erwähnungen. Steven Gerard und Mia Hamm wurden mit einem Klumpfuß geboren. Paul Merson und Steven Naismith eine Legasthenie, also eine Leserechtschreibschwäche, kurz LRS. Fabio Alves Felix ist mit 6 Fingern an einer Hand geboren. James McLean, der ihre, hat Autismus und Schwierigkeiten beim sozialen Umgang, der Kommunikation und braucht immer dieselbe Routine. Zwar eher als Leichtathlet bekannt, aber auch Usain Bolt hat seit seiner Kindheit eine Skoliose, also eine Deformierung der Willbelsäule. Da er sich aber mal erfolglos als Fußballspieler versucht hat, wird er hier natürlich mit aufgenommen. Nummer 1, Edgar Davids. Edgar Steven Davids ist ein niederländischer Fußballspieler und gehört zu einer der Besten. Er spielte bei Vereinen wie Ajax, Milan, Juve, Barcelona, Inter, Tottenham, Crystal Palace und beendete 2014 seine Spielerkarriere beim FC Barnett, wo er seit 2012 Spielertrainer gewesen war. Edgar gewann 1994, 1995 mit Ajax die Champions League und im selben Jahr den Weltpokal. Er war im defensiven Mittelfeld für seine Ausdauer und seine aggressiven Taglings bekannt und erhielt von Juve-Fans den Spitznamen Pitbull. Doch neben seinen fußballerischen Fähigkeiten fällt er vor allem durch seine auffällige Brille auf, deren Ursprung medizinischen Gründen liegt. Im Jahr 1995 erlitt Davids eine Augenverletzung, die seine Sehkraft beeinträchtigte. Nach einer Operation an seinem rechten Auge im Jahr 1999 musste er aufgrund von Glaukum, auch als grüner Star bekannt, eine spezielle Brille tragen. Der grüne Star ist eine Augenerkrankung, bei der der erhöhte Augeninnendruck das Sehnerv schädigt und zu progressiven Sehverlust führen kann. Erstmals trug er sie am 4. September 1999 während eines Fußball-Freundschaftsspiels gegen Belgien. In der Geschichte des Fußballs gab es viele weitere Profis, die während eines Spiels eine Brille tragen mussten. Ani Balefrosi, Job van Dahlen und Jeff Jurion, alle drei wegen Kurzsichtigkeit, da damals Kontaktlinsen nicht so weit verbreitet waren als heute. Ein historisches Ereignis mit einem Brillenträger ereignete sich am 9. September 1970 im Rückspiel zwischen Feyenoord und Estudiantes im Weltpokalfinale. Das Hinspiel endete mit einem 2 zu 2 Unentschieden. Im Rückspiel erzielte Job van Dahlen in der 63. Spielminute das 1 zu 0 für Feyenoord. Als er sein Tor bejubelte, riss ihm der Gegenspieler Oscar Malvernat die Brille vom Gesicht, trat drauf und zerstörte sie mit seinen Stollen. Später versuchte er seinen Wutausbruch zu rechtfertigen und sagte, Zitat, man sollte nicht mit einer Brille Fußball spielen, nicht in Südamerika. Tatsächlich gibt es von diesem Weltpokalfinale die vollen 90 Minuten auf YouTube. Uns gibt ihr zur folgenden Minute, könnt ihr kurz sehen, wie van Dahlen zum 4. Offiziellen geht und sich beschwert, dass sie in seine Brille vom Gesicht gerissen wurde. Am Ende gewann Feyenoord dankt das Tor das Spiel und erstmals den Weltpokal. Krassen Respekt an die genannten Profis, die trotz ihrer Beeinträchtigung, trotz den Hürden, die sie jeden Tag überwinden müssen, es trotzdem geschafft haben, ihren Traum als Profifußballer nicht aufzugeben und diesen tatsächlich verwirklicht haben. Schaut euch das letzte Video an, da ging es um 6 Fußballfeinde, die nach echten Personen benannt wurden oder gönnt euch den 40-minütigen Eisberg über die dunklen Geheimnisse des Fußballs. Danke an die zwei Kanalmitglieder für eure Unterstützung. Folgt mir auf Instagram, addeurofootball, das war's mit dem Video, bis zum nächsten Mal und ciao. Danke. 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 Danke.